So, ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge Nummer 1016. Nee, Quatsch. Nein, nein, wir haben nicht die Folge 1016, sondern das ist hier der Duschpodcast. Entschuldigung. Ja, also Duschpodcast Folge 4. Diesmal mit dem Olympus DM 7, Quatsch, 670 und auf Mitteln. Denn den Tipp hat mir Markus gegeben. Er nimmt oft Mittel. Wenn er mit dem mit den 670 aufnimmt, dann habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir das einfach mal. Denn nehmen wir mal Mittel. Genau. Und ja, ich habe hier auch ein wunderbares Täschchen. Da tun wir ihn natürlich auch wieder rein. Und dann wollen wir mal einen Duschpodcast machen. 670. Genau. Nein, wir wollen nicht zu machen, die Tasche. Wir wollen ihn auflassen, damit man auch alles hört. Ja gut. So, wir haben einen Punkt. Als Tanschensperre ist auf jeden Fall drin. Das ist immer wichtig. Die Tassenschperre muss rein. Damit ich den Duschpodcast ja auch wirklich schön machen können. Ja, mein LSB4, der wird, äh Quatsch, LSB2, der wird gerade aufgeladen. Den habe ich ausgesehen, angelassen heute. Also gestern. Und jetzt muss ich den wieder aufladen. Naja, so kann man, aber da musste ich halt die Batterien, die Akkus aus dem, also aus dem LSB4 nehmen und aus dem DM 770. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Geht ja auch. Ist ja egal, von wo man die Akkus nimmt. Und Hauptsache, es funktioniert. So, jetzt werde ich hier auch mal ein bisschen Fenster aufmachen. Damit wir das alles hier reinlassen. Die Luft und so. Den Day, den Tag. Dann hätten wir das. Also heute mal der 670 ohne zentrales Mikrofon, das sei noch dazu gesagt. Und auf Mittel. Ja, ich werde jetzt sowieso bei den meisten Geräten einfach mal Mittel nehmen, um zu gucken. Ja, wie ist Mittel eigentlich zu hoch? Ist das vielleicht sogar wirklich besser? Gerade bei den alten Geräten ist es, glaube ich, wirklich etwas besser, wenn man Mittel nimmt. Weil ja dann auch die Übersteuerung nicht so ist. Und insofern, ja. Let's Mittel again. Mache ich hier natürlich auch ein Fensterchen auf. Ist ja, wie gesagt, kurz nach 4. Und, ja. Schauen wir mal. Genau hier, glaube ich, auch Fenster auf. Hier mache ich jetzt natürlich wieder zu. Denn beim Duschen möchte ich nicht gerne Fenster aufhaben. Gut, ich stelle ihn jetzt mal hier hin. Ich gehe nochmal aufs Klo. Und dann werde ich euch einen Podcast präsentieren. Ja, jetzt haben wir halt über den Akku des 770 rausgenommen. Naja, es ist halt immer blöd mit dem Akku raus und rein nehmen. Aber erstens habe ich nicht mehr genug Akkus. Und zweitens, ja, so werden es auch alle benutzt. Vorher war es ja so, dass, wenn überall Akkus drin waren, ich gewisse manche Geräte gar nicht benutzt habe. Und die sind dann leer gelaufen. Und jetzt, wie gesagt, benutze ich es natürlich. Und ich versuche jetzt auch wirklich, ja, fast jeden Podcast irgendwie mit meinem Gerät aufzumachen, um die Dinger einfach zu benutzen. Denn dafür habe ich sie ja letztendlich. Ja, dafür sind sie ja auch letztendlich zu starten. Gut. Und das Gerät jetzt wieder auf die Waschmaschine. Da kann es nicht runterfallen. So ist gut. Schuhe aus. Höschen aus. Genau. Ja, dann hole ich mal den Läufer. Und dann kann es doch losgehen mit der Dusche. Auf geht's. Unter die Dusche. Na, sie haben vor die Dusche. Vor Schaube. Na, sie haben Schaube. So, dann haben wir mal den Lüsch-Podcasts. Langbrengung mit einer Lüsch-Podcasts. Na so, was heißt das? Lüsch-Podcasts. So, jetzt. Also, diesmal in der Mitte. Nach dem Flasch. Nach dem Flasch. So. Ich bin heute Morgen in der Früh, ich bin heute Morgen. Ich bin heute Morgen, ich bin heute Morgen ein bisschen abschalten. Ich bin heute Morgen, ich bin heute Morgen, mit den Käse-Trenn, in den Faller-Armen. Egal, so ist es nun mal. So, schon fertig. Also nicht mehr kuchen, sondern werden es mal nass. So, jetzt kommt es mal. Seife, ist ja klar. Und nicht abseifen. So, ist schon 4 Uhr. Eigentlich wollte ich früher aufstehen, aber ich habe es nicht geschafft, wie immer. Aber gut, ist ja auch zu früh, ist ja auch ertrieben. Und die Podcasts werde ich trotzdem schaffen. Ja, diesmal mit dem 6x70 in Mittel. Also wir gehen jetzt zum Laden und sagen alle möglichen Geräte durch mit der Einstellung Mittel. Gucken wir mal, wie das so wird. Ja, wenn irgendwas müssen wir ja machen im Podcast. Und wie gesagt, es muss ja weitergehen. Und dann haben wir schon 4 Folgen für den News Podcast. Und ja, dann wird nicht gleich noch die 1016 aufnehmen. Ja, und dann haben wir wieder ein bisschen was getan für den Podcast. Nicht fürs Leben. Und auch nicht für die Arbeit. Tja, so ist es ein Problem, ne. Aber so ist es. Ja, dann würde ich einfach mal jetzt schön einsetzen. Und dann haben wir wieder ein paar Seiten. Von oben bis unten. Habe, Herz. Genau. Ja, so gut beginnen wie möglich. Auch wenn es mir natürlich nicht immer leicht fällt. Aber was soll es. Ich muss mir immer wieder sagen, so ist es nun mal. Andere können da nichts für. Und ja, letztendlich gibt es ja auch wieder ein Wochenende und ich habe ja auch bald Urlaub. So, am reißig zuerst, aber gut. Ich ziehe jetzt noch ein bisschen hin. Aber was soll es. Was soll es? Was soll es? Was soll es? Duschen wir halt einmal ein bisschen. Waschen uns die ganze Fläche. Und dann, da ist der Rest der Energie runter. Ist nur noch positive Energie die runter. Und dann. Ja. Ja, machen wir jetzt. Tun wir die ganze Sache. Tun wir. Ja. Ja, gehen wir jetzt. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Vielen Dank. So. So. Ja, jetzt trocken. So ist es. So. 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 Dann wollen wir mal so langsam hier auch Fenster aufmachen, wie gesagt, einsprühen mit Deodorante und dann anziehen so langsam. Und dann startet der nächste Podcast sozusagen. So machen wir das. So und nicht anders. Dann holen wir mal rein. So, das hätten wir. Jetzt mein Olympus und wir verlassen jetzt das Badezimmer. Oder in meinem Fall müsste man ja Duschzimmer oder. Ach, ist ja auch egal. So, jetzt das Anziehen gehört ja sicherlich auch noch dazu. Und danach beende ich dann die Folge. Jetzt brauchen wir erstmal eine Unterhause. Hier. Ich habe eine Unterhause. Ja, eine Unterhause. Sehr schön, sehr schön. Ja, eine Unterhause. Genau, die ziehe ich jetzt an. Ist ja logisch. Was soll man sonst damit machen? Nicht wahr, Mia? Was sagst du dazu? Gut. Angezogen. Was brauchen wir jetzt? Schwierig. Wir brauchen jetzt noch Socken. Das sind so eine Dinger, die man... Ach, wo stimmt's? Soll ich erzählen, was Socken sind? Ja, Sendung mit der Maus. Was sind Socken? Warum zieht man sie eigentlich an? Warum zieht man sie eigentlich an? So. Sag mal hier, Socken. Schöner Licht. Wir haben schon Socken. Ja, geht schon, ne? So, anziehen. Das Flüsele hoch. Jeden Tag dasselbe. Oh, keine Lust auf die Arbeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Keine Lust. Aber wer fragt danach? Niemand. So. Was haben wir hier? Wir haben noch ein T-Shirt. Ja, übrigens. Brauchen wir. Ist so. Das ihr seht, da draußen ist schon mal ein bisschen verkehr. Das heißt, da merkt ihr, dass so langsam der Tag beginnt. Aber auch nur langsam. So. Ziehen wir uns mal an. Das hab ich schon mal. Ja, genau. T-Shirt. So. Ja, T-Shirt ist an. Kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema Pullover. Oh, ich denke mal die Pullover offen. Offen. Werden noch nicht trocken sein. Das heißt, ich werde mal den hier nehmen. Den Kuschling. Den Kuschling. Den Kuschling mit ihm. Ja, der ist doch ganz okay. Der ist warm. Rieslich ist es kalt draußen. Und, ja, der ist zwar nicht ganz so weit wie die anderen jetzt. Aber, ja, ist halt einfach so. Na doch, ist okay. Ist okay. Und wie gesagt, die anderen sind noch nicht so wirklich trocken. So. Und die lasse ich deswegen hängen. So. Aber dieser Pullover ist auf jeden Fall warm. Und immer alles was warm ist, ist gut. Nicht warm? So. Ja. Und jetzt noch eine Hose. Eine Hose. Hose. Dann muss ich die Hose selber rausnehmen. Ich dachte, wenn ich im Schrank Hose reinrufe, dass die Hose kommt. Ja. Das klappt leider nicht. Schade. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich probiere das immer mal wieder. Vielleicht irgendwann. Ich muss die Sachen irgendwie auf Befehle hören. Oder so. Wie Sprachassistenten. Äh. Ne. Es gibt so gewisse Sachen, die mache ich lieber selber. Das ist genauso wie mit Siri. Ich möchte selbst entscheiden, wann Siri zuhört. Deshalb habe ich auch Hey Siri deaktiviert. Weil ich es einfach nicht will. Ich sehe das nicht ein. Warum soll Siri bestimmen, wann sie zuhört? Wenn ich mit Siri sprechen möchte, dann drücke ich die Seitentaste. Ganz einfach. Ja. Und das ist mir auch sehr wichtig. Also. Ich finde einfach, dass die Leute sich dann davon so. Dann auch noch ein anderes Wort sagen müssen, damit ihre Sprachassistenten nicht reagieren. Ist einfach nur albern. Also da seht ihr mal, wie abhängig macht ihr euch von euren Sprachassistenten. Nein. Ich nicht. Ich entscheide selber, wann das Ding spricht. Und. Ja. Deswegen habe ich ja auch keine Alexa mehr. Und. Gut. Bei Alexa hätte ich ja auch das Mikrofon ausschalten können. Aber. Ja. Ich bin einfach der Meinung. Ich möchte doch lieber ein bisschen was mit meinen Händen tun. Und nicht alles über die Sprache. Und. Will mich aber auch nicht abhängig davon machen. Also das ist so. Das ist mir dann doch irgendwie zu viel. Ja. Einfach anderes Wort benutzen. Nur damit die Dinger nicht anspringen. Und so eine Geschichten. Also da. Weiß ich nicht. Da habe ich immer das Gefühl. Ja. Da lässt man sich dann schon von einer Sprachassistent sagen. Was man sagen soll und was nicht. Und. Ne. Das kommt nicht in Frage. Eine kleine kritische Anmerkung. Mitten in einem Duschpodcast. So. Das war es jetzt. Jetzt werde ich den Podcast aufnehmen. Also den anderen. Den 1016. Wir hören uns dann später. Ciao, ciao.